Nach dem Essen sollte man Zähne putzen, tut man es nicht, denn steht eine Schutzlücke. Der pH-Wert im Mund sinkt, die Folge Karies Gefahr. Kauen Sie nach dem Essen Wrigleys Extra, wenn Sie keine Zahnbürste dabei haben. Das neutralisiert den pH-Wert, schließt so die Schutzlücke und hilft vor Karies zu schützen. Wrigleys Extra hilft die Zähne vor Karies zu schützen.